Philosophische Sprüche Redewendungen Demokratie Krieg Fortschritt Erinnerung an die Story des letzten Teils Ein abschließender Satz Und Action Explosion Helikopter Technologie Filmreife Stunts Flugszenen Unterwasserlevel Wir wollen euch zeigen, wie gut wir das Spiel dank geiler Mucke und gut gesetzten Cuts aussehen lassen können. Slowmotion Neue Features Zombies Vollkommen random ausgewählte Szenen, die aber einfach verdammt geil aussehen. Jetzt zeigen wir euch, wie taktisch das Spiel ist und wollen euch das Gameplay näher bringen. Viele Animationen und Effekte lassen es aufregender wirken. Etwas Ruhe, um euch zu zeigen, dass wir jetzt im Grunde alles kurz und knapp gezeigt haben. Die Musik aber erweckt den Anschein, dass es noch weiter geht. Natürlich müssen wir noch einen draufpacken und zeigen euch weitere Random Szenen von Schießereien, Schleichereien, Messerstechereien, Laufereien und Fahrereien. Passend geschnitten zu den Drums, welche nun in der Mucke eingesetzt haben. Denn das lässt es nochmal dramatischer wirken, auch wenn in einigen Szenen gar nichts passiert. Schlagartig leiser. Nur noch den Entwickler und das Release Date. Und Werbung für den Vorbestellerbonus. Und werben kann uns? Vielen Dank.